Ich kann ja nicht mal auf der Minimap gucken, wo Hauptniss fällt mir gerade auf. Die sind außen noch irgendwo. Oh Gott, ich habe außen. Du hast den anderen. Döger, wo snipet der denn da durch? Hallo? Zone kommt. Lass mal laufen, lass mal laufen. Jetzt kommt das, wenn die weit weg ist. Wir sind gefickt. Bleib stehen, Bruder. Bleib stehen. Wo ist die Zone? Das ist so dumm. Dunm, komm. Jaja, was da los, Leute? Hier ist wieder der Benni Unterhaubner von DEBODYS Zocken zu einem neuen Fortnite Video. Und heute haben wir vielleicht eines der witzigsten, geilsten, spannendsten und keine Ahnung was Sachen für euch. Nämlich, wir werden heute Fortnite zocken ohne Minimap und ohne Map. Das heißt, wir wissen nie, wo die Zone hingeht. Das heißt, es kann möglich sein, dass wir am Anfang direkt across the map laufen müssen und so weiter. Und speziell in der Endphase dann. Wir haben keine Ahnung, wo wir unseren Bunker bauen sollen, wo die Zone hingeht. Wir müssen wahrscheinlich dann teilweise mit der Zone mitlaufen und so. Das wird mega krank werden, mega witzig. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns direkt in der Runde und let's go. So, Leute, let's go. Wir gehen zu Tilted Towers und ja, es wird mega spannend werden, wenn wir einfach keine Ahnung haben, wo die scheiß Zone hingehen wird. Wir haben auch die ganzen Sachen geanbeindet. Das heißt, wenn wir M drücken, können wir die Map nicht öffnen. Und wir haben eine Einstellung, die aktiviert, dass rechts oben die Minimap ist. Das heißt, wir können absolut nicht wissen, wo hier wirklich was sein könnte. Und ich schieße schon den ersten runter. Oder? Nice. Komm. Ich hätte auch Mini-Schildtränke für dich direkt. Wo ist er hin, Leute? Wo ist er hin? Er ist einfach unsichtbar. Ich schwere, Leute, er ist verschwunden. Okay. Magic. Ich schwere, es war wirklich Magic. Okay, egal, Leute. Mal gucken. Die Mini-Schildtränke wären auf jeden Fall geil. Ja. Und ich hoffe, ich finde jetzt auch ein paar krasse Waffen. Wenn wer kommt, sagt Bescheid, dann komme ich direkt rüber. Ja. Aber ich bin gut ausgestattet. Ich sollte auf jeden Fall ein, zwei Leute killen können mit dem Equip. Aber ich glaube, bei mir ist auch keiner. Ich bin auch gut ausgestattet. Grüne, perfect. Let's go. Oh, OP-Shotten am Start. Ey, wie viele Kisten hier sind bei mir. Läuft, läuft, läuft. So. Und die Zone wurde jetzt schon bekannt. Das habe ich gehört. Oh Gott, da ist ein Gegner. Okay. Da sind zwei Gegner bei mir. Vielleicht kannst du da ruhig kommen. Ich kann ja nicht mal auf der Mini-Map gucken, überhaupt nicht. Es fällt mir gerade auf. Die sind außen noch irgendwo. Ja. Wo? Im Osten sind sie? Außen bei mir im Haus. Ja, die Bausichtung. Wo? Ich glaube, die checken es gerade nicht. Oh, der ist hier reingelaufen, oder? Ja. Hat schon Schild. Weiß es nicht. Ich bin gleich da. Okay, einer ist über mir noch. Wo ist der andere hingelaufen? Ich weiß es nicht. Da ist noch einer. Oh ja. Der Glück hier. Oh Gott, ich habe einen. Du hast den anderen. Wuh. Noll, da ist noch irgendwo jemand. Oh Gott. Ja, krieg weg, krieg weg, krieg weg. Ja, ich krieg ja schon. Holy shit. Ich habe zum Glück einen Mad Kid. Okay. Der steht einfach außen irgendwo. Das könnte der Typ gewesen sein, den ich vom Himmel geballert habe. Weil ich glaube, der ist irgendwo in die Richtung geflogen. Der wollte mich jetzt noch töten. Ich habe einen Revanche gesucht, Digga. Oh, ich hole ihn. So. Ja, ich auch. Ich habe auch 150 Leben. Ich bin bereit, dass wir uns den holen. Da vor der Tür war er draußen. Okay. Wollen wir rausgehen? Nee, kommt. Er kommt. Da ist man, du hast ihn. Wuh. Und er hat hier auch eine chillige Sniper liegen lassen. Perfekt. Und das war instant down. Das heißt, er hat keinen teammate. Also alles safe, Leute. Das heißt, wir versuchen jetzt mal die Stadt zu klären. Und ich hoffe echt, dass die Scheißzone irgendwo in der Nähe ist. Und wir nicht ein Cross the Web laufen müssen. Nordosten. Ey. Nordosten hat einer von uns geballert. Okay. Lass mal gemeinsam rumlaufen. Ja. Bandages sind unser bester Freund. Ich lasse hier hinten rausgehen. Wir brauchen nämlich Bandages. Okay. Achtung, Granaten. Das sind die, die aus dem Nordosten geschossen haben. Okay. Die müssen dann eigentlich schon irgendwo in der Nähe sein. Also entweder wir ziehen durch oder wir gehen weiter auf Attacke. Okay. Ja, warte. Lass mal die beiden hier kennen, die da oben direkt sind. Ja. Ich würde sagen, wir gehen hier rechts oben und dann sehen wir die hoffentlich gleich irgendwo. Oh nein. Ja, ich sehe die am Dach oben. Da war einer. Hä? Rechts von dir. Achtung. Wo schießt denn er schon wieder? Nordosten. Zwei auf dem Dach. Ich geh mir kurz den Minishield dran. Und ich gucke auch nach links die ganze Zeit drüber. Nicht, dass ich die beiden hier übersehe. Okay. Was machen wir? Jetzt sind wir natürlich wieder umzingelt. Die anderen pushen. Wer hat einen Headshot? Komm. Ja, okay. Der ist down. Links von uns down. Perfekt. Das sind richtige Noobs. Einer ist ausgenockt. Und der andere ist hinter dem Holz. Er springt runter. Oh shit. Okay. Wollen wir rüber pushen? Ja. Wir sind jetzt nämlich einer weg. Aber warte. Sie sind tot? Ja. Da sind von anderen getötet worden. Ja. Mal gucken. Dann klatschen wir die anderen noch weg. Okay. Ich bin auch hinter dir. Achtung. Wie viele sind da? Ist down. Ist down. Huch. Geh mir kurz das hier. Okay Leute. Action pur. Wir haben insgesamt schon 6 Kills. Mini Schildtränkerlin liegen da unten für dich. Ja. Digger. Wo sniht der denn da durch? Hallo. Holy shit. Okay. Es sind noch mehr Leute hier. Ne. Die waren ein Haus weiter direkt. Oder auf dem Berg. Ich glaube auf dem Berg. Da ist ein Bunker oben. Okay. Wollen wir die wirklich töten? Ich weiß nicht. Ich wäre jetzt mal für ein paar Ressourcen. Ich habe fast nichts. Okay. Dann lass mal ein bisschen Ressourcen farmen. Aber es könnten hier immer noch mehr Leute sein. Naja. Aufpassen. Wir gehen einfach hier die Stadt ein bisschen lang. Ja. Orientierungssinn. Weißt du was noch schwieriger wäre? Was? Oben das Norden, Nordosten und so weg machen. Oh Gott. Kann man das weg machen? Ja kann man. Okay. Obwohl ich könnte mich schon ungefähr orientieren. Weil ich weiß jetzt schon wo im Osten, Westen und so weiter ist. Aber mit den Callouts wäre es schwierig. Aber stell dir das mal bei einer neuen Map fahrt. Oh ja. Im Nordosten ist einer. Ja mal wo ist denn Nordosten? Fuck man. Wir können uns erstmal nach der Sonne ausrichten. Ja. Nun geht die nochmal auf. Im Süden-Westen. Westen glaube ich oder so. Ja. Und im Osten geht sie runter oder so. Ja. Und warte ich glaube das kommt auch drauf an auf welcher Seite. Wo du lebst. Genau. Ja. So. Aber ich vermute mal. Welche Seite des Aquators oder so. Ja genau. Wir haben aber jetzt nicht so viele Leute aus Afrika die unsere Videos gucken. Alles safe. So. Aber ich glaube wir sind ganz gut dabei wenn wir. Ich weiß wie wir die Zone orientieren können. Holy shit ich bin genius. Wenn wir auf den Rand gucken oder? Auf die Wolken oben. Wir sind immer am Rand der Zone die Wolken. Ja aber wir wissen ja jetzt zum Beispiel nicht. Es kann ja trotzdem sein dass die jetzt ein Cross die Map ist die scheiß Zone. Ja ok. Wo sie hingeht wissen wir nicht. Aber wir wissen jetzt gerade wo sie ist. Ah Schüsse irgendwo hier. Ja. Die Schüsse sind hier gefunden. Ober am Berg. Ich sehe dich. Südosten. Fuck ich habe daneben geschossen. Wo ist der beim Baum noch? Raketenwerfer. 1,50. Komm bleib mal stehen Bruder. Oh er fliegt runter. Bekommt so Damage man. Komm den holen wir. Gucken. Ist da noch ein oben? Ja. Ich guck mal wo ich den unten sehe. Der könnte zum Baum hier gepuscht sein. Ist ausgenackt oben. Ok. Achtung der hat den Raketenwerfer. Bis nach Highcrown gehen. Wo ist der oben? Der ist weiter vorne. Der ist weiter. Der ist auf Attacke gegangen. Echt? Ok läuft doch eigentlich bis jetzt ganz gut. Und der wollte in die Richtung laufen. Oh ich sehe ihn da vorne. Da vorne. Ja. Vielleicht ist da vorne die Zone. Wir könnten natürlich auch ein bisschen gucken wo laufen die Gegner hin. Und so erahnen wo die Zone sein könnte. Und auf dieser Bleibus können wir auch achten. Weil die sind auch immer in der Zone. Und da vorne wird gerade gefightet man. Da ist er. Der achtet nicht mehr auf uns. Ne man. Oh der Raketenwerfer liegt hier links. Ok wir haben den. Perfekt. Ich bekomme die ganzen Kills aber nicht. Oh kacke egal. Ich baue. Du kannst weg gehen. Du kannst weg gehen. Du kannst weg gehen. Oh blick los. Einer. Was hat der für einen Schuss geschluckt. Wollen wir pushen? Ja. Klar. Warum nicht? Ok. Ok. Also ein paar Kills bekommen wir auf jeden Fall. Ja man. So schlecht ist es nicht. Achtung links. Oh mein Gott. Wieder auf weg. Einer down. Der andere hat auch gut Hits. Auch down. Perfekt. Puh. Ok. Nice nice nice. Ich habe 10 Mini Schildtränke schon. Ja. Ich glaube ich nehme lieber die Bandage mit und lass ein paar liegen. Ja. Warte. Ich kann dich hier healen. Lagerfeuer. Ok. Let's go. Let's go. So. Es läuft richtig gut. Insgesamt jetzt schon 10 Kills Leute. Obwohl wir keine Ahnung haben wo die Zone ist. Keine Minimap haben. Wir können uns nicht orientieren. Ich weiß teilweise nicht mehr wo genau. Wo oben da steht. Puh. Da hinten peiten schon wieder welche. Was ist da hinten? Äh Osten. Ok. Ja ich hörs. Und. Das ist der Depot. Warte. Das ist ein Playtop irgendwo Richtung Ludlich. Was? Ich bin abgeballert worden. Das Rick. Das schläft. Das hat noch einen Hit. Puh. Ich glaube ich habe echt den Supply Drop hier Loot Lake gehört. Das heißt da könnte die Zone sein. Ja. Achtung. Im Norden hier. Dass die Depot ist noch einer. Ja. Du kannst dir hier mal. Gönnen. Schmürfsaft. Oh den will ich eigentlich nicht liegen lassen. Äh. Die Baumaterialien. Kannst du noch irgendwie Bandagen mitnehmen? Ne. Ich hab schon 15. Ok. Dann passt ja. Und wo ballern die? Oh ja. Luft Lake oben. Ok. Die könnten gut sein. Achtung. Ja. Er gibt mir einen Hügel. Oh. Ich hab ihn gesehen. Autosniper. Ja. Er spammt hier die Schüsse. Der Mate ist schon close bei einem Hügel. Zone kommt. Zone kommt. Lass mal laufen. Lass mal laufen. Jetzt kommt das. Wenn die weit weg ist. Wir sind gefickt. Ich sehe sie direkt hinter mir. Keine Ahnung wo sie hingehen. Bleib da stehen du Scheißteils. Ja Mann. Scheiße ist das behindert. Oh Gott. Warum laufen denn die anderen nicht? Warum haben die mit uns gefeiert? Weißt du was? Die ist hier ziemlich schnell. Ich glaube wir sind auf der ganz weiten Seite entfernt. Okay. 30 Sekunden noch. Ja. Ist circa bei Loot liegt dann? Ja. Oh Gott. Fuck. Ich glaube ich hätte Damage bekommen. Ja. Werden wir beide. Aber wir haben beendet. Leute was ist da los? Wir wissen es doch nicht wo die genau hingeht. 25 Sekunden noch. Holy shit. Okay. Okay. Kann man nichts machen. Und wir haben natürlich jetzt dann wieder keine Ahnung wo sie hingehen. Wenn die wieder across die Map springen. Das wäre so Pech. Das wäre mehr als Pech. Bitte nicht. Ich habe auf jeden Fall zwei. Wir machen uns direkt den Bunker. Schlürf Tränke. Ja. So 10 Sekunden noch. Ja perfekt. Okay. Komm komm. 5 Sekunden. Bleib stehen Bruder. Bleib stehen. Jetzt. Danke. Warte. Links auf den Berg hoch. Komm. Wir brauchen Highbron. Wir können da nicht unten bleiben. Ich hoffe du schießt schon ein noch mehr. Oh der Swing. Ich baue dich ein. Ich komme mal zu dir rüber. Weil ich brauche dann eine Bandage zumindest. Sind die von vorhin. Die ballern wieder auf uns. Ja. Oh mein Gott. Du kannst dir den Schlürf rein gönnen. So diese scheiß Tryhards könnten wir mal töten man. Ich glaube sein Mate ist gestorben. Was? Ja. Dann baust du den Baum ab. Ich bin jetzt wieder abgeballert. Lass sie. Scheiß auf die. Okay. Warte ich snap noch einmal hin. Er versteckt sich hinterm Stein. Ja ich würde sagen wir laufen weiter oder? Ja es ist das sinnvollste was wir jetzt machen können. Supply Job warte. Da laufen wir hin okay. Der muss in der Zone sein. Richtung 300. Ja. Okay. Das ist echt ein guter Trick mit dem Supply Job. Wenn man das weiß dass die immer in der Zone spawnen. Ja. Die spawnen nämlich immer in der nächsten und nicht in der lilanen oder blauen wie die umrandet ist. Sondern wirklich tatsächlich da wo die Zone als nächstes ist. Fuck. Aber das ist gut das halt echt wir wissen zumindest dass irgendwo im Westen die nächste Zone ist. Hier ist noch eine Kiste. Lass die holen. Können wir die? Ein Schild gehen. Die Zone kommt auch gleich bis unten. Warte ist unten. Ich glaube wir haben Zeit mit der Zone. Ja. Okay. Freue ich mich eigentlich durch ey. Du hast schneller mit rein laufen. Ich habe mich auch durchgeworfen. Warte wir können gucken wie die Zone sich bewegt. Ja ich gehe trotzdem gleich hoch. Warte. Okay wir müssen ein bisschen laufen. Also nur eine Minute wird die kleiner. Ich glaube wir müssen echt ein Stück laufen. Ja und die kommt schnell. Das ist halt echt da ganz oben. Da links ist ein Bunker. Da baut auch jemand. Da läuft einer raus. Okay die werden auch abgeballert. Da ist das ein Playtop vorne. Das heißt hier muss die Zone enden oder? Ja dann bleib bei mir hier oben. Ich bin mir aber nicht sicher ob es sich ausgeht. Fuck. Ne das geht sich nicht aus. Geht sich nicht aus oder? Geht sich das aus? 32 Sekunden. Warte da sind Gegner. Ne das geht sich nicht aus. Oh ich habe einen ausgenockt von denen. Wir müssen weiter. Ja ich klatsche kurz weg hier. Achtung Zone gleich nach. Ja ja alles easy man. Da sind auch vier Gegner links. Die sind gefährlich als eine scheiß Zone. Da bin ich mir nicht sicher. Okay der eine steht fast rum. Nice auch noch. Das heißt die sind beide ein weniger. Okay. Wollen wir die pushen? Ja lass die pushen man. Links von uns ist auch noch einer. Den dürfen wir nicht vergessen. Da läuft mal drunter. Was ist hier für Action man. Wir laufen weiter zu denen. Dann sind wir hinterm Hügel. Ja Achtung. Ist der Linksaußen jetzt schon gestorben. Ich weiß es nicht. Ja das wird schon da sein. Mit diesen Kack Autos. Warte die haben sich vielleicht hier versteckt oder? Bei mir. Ich weiß es nicht. Hier war ein Lagerfeuer. Da ist einer. Da drinnen wird der andere sein. Achtung. Nice. Okay. Da nehme ich mit. Da ist noch eine Skada. Ja. Nehme ich auch. Cool eine Sniper. Leute was geht ab. Geile Action. Das ist eine geile Runde man. Ja man. Wir haben 14 Kills man. Das ohne Map. Richtig fein. Das sind Gegner. Äh. Der läuft vor mir irgendwo. Wo? Hinterm Baum. Lass den Baum zu schießen vor mir. Okay baut sich da hoch schon. Da oben. Oh ausgenockt. Nice. Ich fokussiere nochmal näher hinterher. Perfekt. Das ist schonmal down. Oh Sniper. Ja. Wieder eine Autosniper. Brauchst du Minischilder? Ja. Okay. Diese Autosniper Leute. Was ist da los? Ja jeder hatte die Runde. Was ist echt los? Okay. Ey. Die Zone kommt auch bald wieder. Ich habe so Schiss. Was machen wir? Hoffentlich noch Holz. Das kannst du nehmen. Wir müssen warten. Nehmen 5 andere noch. Wir haben 15 Kills schon. Ja man. Das ist so geil. Also perfekte Runde Leute. Ja. Raketenschüsse kannst du ja gehen. Ja. Achtung. Ich habe auch noch welche. Ich habe 22 Schuss. Nein man. Ich habe 71 Raketenschüsse. Alles klar. Oben. Leute. Ja die Baut oben. Ja die bauen da. Alter wir können dann nichts machen wenn die da oben sind. Wir müssen hoch. Die Zone ist da oben. Richtig scheiße da oben man. Die Zone muss da oben sein sonst würden die da nicht campen. Lass sie einfach hoch. Ja. Lass Engbein sammeln laufen. Warte irgendwo links von uns im Bunker. Der ballert hart auf mich. Oh Gott. Brauchst du wieder Minischilder? Ja. Lass mal hier kurz irgendwo einbauen und warten. Nicht einbauen. Nicht einbauen. Sondern hier unter der Treppe. Also obwohl ich habe noch Minischilder. Alles gut. Ja. Aber der könnte hinter uns hochlaufen. Achtung Achtung. Aber das macht er nicht. Jetzt müssen wir hoch. Hier Gegner vor uns direkt. Ich habe den einen. Außen und bloß den anderen. Lasst euch hier warten. Bauen. Okay wir sind ganz oben. Wir haben den perfekten Spot. Drei Gegner Leute. Da kommen welche. Wo? Einer down. Down, down, down. Der war instant tot. Zwei andere noch. Wo sind die anderen? 18 Kills. Das sind 20 Kills. Runde ohne Map. Das ist so krank. Okay. Wo ist die Zeug? Das ist so dumm. Das ist so dumm. Komm da. Warte. Kann ich mich noch heal? Ich heal mich noch kurz. Egal. Komm hoch zu mir. Wo? Da unten. Der baut sich da. Der baut sich hoch. Wo siehst du ihn? Ja. Daniel auch. Was war ein Spam? Oh Gott. Der eingetritt. Gut. Komm. Hat Hit. Ich guck wegen dem anderen. Ja. Oh der. Ich hätte ihn jetzt down bekommen. Nein ich rutsche runter. Achtung. Okay. Ich guck wo er ist. Ich geh nach hinterher. Wir haben hier so viel gebaut. Ich spam jetzt mal ein bisschen mit Raketen. Denk mal. Oh der steht auf dich. Der ist einer. Über mir ist einer. Okay. Ich komm in Sicherheit runter. Sonst heal mich als erstes. Er kann hier gar nichts machen. Okay. Perfekt. Huh. Was geht ab Leute. Wie ist denn der noch hoch gekommen? Das check ich gar nicht. Hinter uns wahrscheinlich. Ja. Der wird ganz um den Berg rum gelaufen sein und dann hoch. Okay. Hast du noch irgendwas zu heal? Nee. Ja. Der wird sein Maid healen. Ich muss raus. Komm jetzt raus. Kille ihn. Kille ihn. Action. Runshot. Wow. Wurde gewohnt. Du hast wie viele Kills. Elf. Wir haben 20 Kills gemacht. Ich habe nämlich neun Leute. Geile Sache. Das ist wieder First Try ohne Map. Ohne Minimap geworden. Wir hatten keine Ahnung wo die Zone hingeht. Dann war das noch so eine ultra krasse Bergregion. Holy shit Leute. Ich würde sagen das war wieder mega geil. Wir hoffen euch hat es gefallen. Das gerne ein Like da. Und ja. Hast du noch was? Nee. Wir sehen uns wie immer beim nächsten Video. Haut rein. Und. Ciao. 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 Ciao.